Hallo und herzlich willkommen auf BrokerDeal.de. Heute zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie ein kostenloses Demokonto bei etxcapital.com eröffnen und die ersten Trades im ETX Trader platzieren können. Dafür besuchen Sie zuerst die Internetseite und klicken dann bei Schulungen und Tools auf Demokonto und hier wird Ihnen nun links der ETX Trader angezeigt. Für die Anmeldung müssen Sie nur Ihren Fonds und Nachnamen, die Telefonnummer sowie Mailadresse angeben und wenn Sie daraufhin auf Fortfahren klicken, werden Sie direkt in den WebTrader weitergeleitet. Der Ihnen dann 14 Tage kostenfrei zur Verfügung steht. Der ETX Trader richtet sich vor allem an Anfänger. Der Vorteil ist hier, dass es feste Spreads, also ganz klare Konditionen gibt, dass der WebTrader insgesamt sehr einfach zu bedienen ist und das Risiko auch begrenzt ist. Zuerst haben Sie die Möglichkeit auf der linken Seite die Suche zu starten mit einem Stichwort, darunter wird die Merkliste angezeigt und darunter finden Sie populäre Märkte, Forex, also unterschiedliche Währungspaare, Indizes, aber auch Rohstoffe, Commodities hier und dort haben Sie natürlich immer jeweils die Wahl, das jeweilige Produkt auszuwählen. Zum Beispiel hier steht Deutschland 30, also der klassische DAX Index, den Sie hier natürlich traden können mit einem CFD. Wenn Sie dort einmal draufklicken, wird der Chart unten geöffnet, den wir Ihnen gleich Schritt für Schritt vorstellen möchten. Zudem finden Sie hier die Möglichkeit einen Verkauf, also eine Short-Position zu eröffnen und einen Kauf, also eine Long-Position zu eröffnen. Des Weiteren sehen Sie hier auch immer den An- und Verkaufspreis, mit dem dann letztendlich natürlich auch der Spread angezeigt wird. Des Weiteren gibt es hier die Möglichkeit auch eine Order zu starten oder hier ebenfalls nochmal den Chart zu öffnen, sowie diesen Indiz der Merkliste hinzuzufügen. Wir möchten Ihnen jetzt erstmal den Chart vorstellen. Hier haben Sie einige Möglichkeiten, oben wenn Sie auf Chart klicken, können Sie zum Beispiel den Typ, also Kerzen, Linien oder Fläche einstellen, den Zeitraum, sei es eine Minute oder auch 30, sowie zum Beispiel eine Woche. Der Preis kann eingestellt werden und die Chart-Einstellungen können Sie hier auch noch kurzerhand aufrufen, um dann noch einige weitere Details einzustellen. Besonders interessant für Sie ist aber wahrscheinlich hier im Bereich Studien die Möglichkeit, verschiedenste Indikatoren hinzuzufügen. Mit dabei sind hier die ganz klassischen, die Sie vielleicht auch schon aus anderen Brokern oder anderen Chart-Analyse-Tools kennen. Des Weiteren gibt es hier noch die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel hier den Zeitraum, mit dem dieser Indikator berechnet werden soll. Und wenn Sie dann auf Schließen klicken, wird dieser auch schon hier unten angezeigt. Der große Vorteil ist, wenn Sie nun einen anderen Chart öffnen, zum Beispiel hier ein Währungspaar, wird auch dieser Indikator hier wieder direkt geladen und Sie müssen diesen nicht wieder erneut hinzufügen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, hier links etwas hinein zu zoomen oder auch raus zu zoomen. Sie können Linien oder andere Grafiken hinzufügen, um die Chart-Analyse noch detaillierter durchzuführen. Dies finden Sie hier zum Beispiel auch bei den Zeichen-Tools. Wir möchten Ihnen nun zeigen, wie einfach Sie einen Trade platzieren können. Wenn ein Chart-Fenster geöffnet ist, geht dies zum Beispiel hier rechts, indem Sie hier auf Kaufen oder auch Verkaufen klicken. Und in diesem Falle wurde dieser Trade mit nur einem Klick ausgeführt. Also es ist ein Ein-Klick-Handel, auf den Sie hier zurückgreifen können. Es besteht aber auch die Möglichkeit, hier oben in der Liste zum Beispiel auf Kauf zu klicken. Daraufhin öffnet sich erst ein kleines Fenster, in dem weitere Details eingestellt werden können. Zuerst ist es natürlich wichtig, dass Sie hier die Größe wählen, also je nachdem, mit welchem Volumen Sie traden möchten. Und optional können Sie auch noch einen Stop oder ein Limit hinzufügen. Wenn Sie dann hier auf Kauf oder auch auf Verkauf klicken und nochmal auf Absenden bestätigen, wird dieser Trade ebenfalls platziert und Sie bekommen hier eine Bestätigung, dass dieser erfolgreich ausgeführt wurde. Dieses Fenster können Sie nun auch schließen und hier auf offene Positionen klicken. Diese werden Ihnen dann hier angezeigt. Sie finden noch einige Informationen, zum Beispiel das Datum der Eröffnung, die Größe, der aktuelle Kurs, sowie auch der hinterlegte Margin und der Gewinn und Verlust, der am Anfang meistens etwas im Minus ist, aufgrund des geringen Spreads. Des Weiteren finden Sie hier oben übrigens noch Informationen zur Kontobewegung, das verfügbare Kapital. Mit 10.000 Euro haben wir angefangen, nun ist es aufgrund des hinterlegten Margins etwas geringer und der Margin wird natürlich auch noch angezeigt zu Wiedergewinn und Verlust. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, oben rechts auf das eigene Konto und die Verwaltungsfunktionen zurückzugreifen und eine Einzahlung für das Echtgeldkonto durchzuführen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen zeigen, wie einfach es hier in dem Web-Trader ist, die ersten Trades mit dem ETX-Trader zu platzieren und wie übersichtlich diese Plattform gestaltet ist. Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg beim Handeln und bis zum nächsten Mal. Ciao.